Ich begrüße euch recht herzlich zurück zu DIGIDORN. Wir müssen hier mit Befragungen weitermachen, da ich aber glaube ich nichts finden werde. Wir fangen einfach mal im Eingangsbereich an. Was gibt es? Konto-Diebstammastik, wo möchte ich was über dich fragen? Ja, da habe ich in letzter Zeit viel von gehört, eine schreckliche Gruppe Krimineller. Oh, schrecklich. Diese Konto-Diebstähle. Eigentlich weiß ich nicht, wie hier drüber. Das war Wolf Saxon mit dem Konto-Diebstahl. In letzter Zeit sind die total durch. Ich weiß nicht, wo sie sind, aber es sind viele. In Kowloon weiß wahrscheinlich jemand etwas. Ist das das Land? Warum? Na gut, na Kowloon. Ich glaube, ich weiß schon, wo wir anfangen zu suchen. Oh, da hat sich vielleicht auch schon erlebt. Die starke T-Mon zu kriegen ist der ganze Daseinszweck eines Hackers. Sollen die etwas stark sein? Wenn sie doch nur herkommen würden, dann würde ich Ihnen zeigen, wo der Hammer hängt. Vergiss die Tür, mein Säger reicht es nicht, ein paar Freunde zu finden und stark zu werden. Wenn du die URL zu ihrem Forum hättest, könntest du vorbeischauen und sie dir anschauen. Sich zusammentun kann man sie nur noch schwerer aufhalten als schlimm. Sagst du das? Ja, kenne ich. Ich war mein Mitglied. Da sind lauter Kotzbrocken dazugekommen, also bin ich gegangen. Dummheit halte ich nicht auf. Okay, du willst die URL zu ihrem Versteck wissen? Na schön, aber du hast sie nicht von mir. - Okay, cool! Nice! Nice! Na dann, auf ins Saxon-Voran. Wie sieht das denn hier aus, als ob eine Bombe eingeschlagen wäre? Was er wohl immer macht, wenn er alleine unterwegs ist? Kommt, die ich schon null planen. Okay, du hast null planen. Saxon-Lin niemanden abdeckt, komm. Wenn du mitmachen willst, dann warte einfach bis er zurückkommt. Du willst was über Konten überhaupt wissen? Bei Zuntor, wie bist du überhaupt? Sei ein Detektiv oder Hilfsdetektiv, was soll das überhaupt? Ach, vergiss es, du hast dich hier reingeschlichen, um nach Konten zu fragen. Gut, ich darf mich nicht gelassen. Wenn das so ist, hier nimm. Geh damit zur zweiten Ebene von Colun. Dann wirst du deine Antwort finden. Mach dich bereit, das wird gefährlich. Aber wenn du dich bei Saxon reintraust, wirst du schon klarkommen. Was war das? Das war eine furchtbare Kreatur, die dich in Colun angegriffen hat. Oh, scheiße, jetzt darf ich ja den ganzen Weg da durchlaufen. Na ja, gut. Träniere ich halt meine Digi-Mann noch. Was verwirrt, herrlich ist dann damit. Man kann das nicht zusammenfinden. Ok, sehr ich komme hier auf! Also nicht nur noch ein Neuergumschatz zu können! Oh! Oh! Insetzen! Keine Chance nicht, du bist. Na knifze ich komme hier auf! Aber das ist... Ich muss das mal angekommen. Wir kommen auf Ebene 2. 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 Wir kommen auf Ebene 3. 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 2. Wir kommen auf Ebene 3. 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 Ebene 3. Wir kommen auf Ebene 3. Wir kommen auf Ebene 3. Wir kommen auf Ebene 3. 1. Wir kommen auf Ebene 3. Wir kommen auf Ebene 3. 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 4. 3. 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 4. 3. 4. 4. 4. 4. 4. 4. 4. 5. 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 6. 5. 6. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 6. 5. 9. 10. 10. 9. 10. 10. 11. 10. 11. 12. Da drüber laufen und schauen. Ja, mach ich jetzt aus Kokonien. Vielleicht Patamon? Wieso mach ich den anderen Regiment aus? Das muss man mal gucken. Beide auf 100%. Ich könnte also beide machen. Da drüber laufen. Da drüber laufen. Ich muss ja mal gucken, ob die Voraussetzungen für das Team sind. Ich muss da wirklich immer in der Flügel gehen. Da drüber laufen. Da drüber laufen. Das wäre möglich. Aber was ist das für ein Digimon? Schwer zu sagen. Das ist Fähigkeit 80. Level 30 müsste es werden. Das ist Tive 130 erfordert. Alter, was ist das denn für ein Digimon? Ich glaube, ich mach das doch erstmal zu Patamon. Ich könnte da drüber laufen. Das ist aus dem Digimon. Ah, genau. Stimmt die kann ich nicht machen Gumi man wär geil ich bau noch n zu nochmal und dann würd man natürlich gerne auch aber ich weiß nicht wo ich die finden soll ich hab die damals auch bloß durch Zufall gefunden diese Dinge die ich dafür bräuchte na ja 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 das ist scheinbar ganz schön schilder ja 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 doch Oh yeah, we go, we go, we go We go, we go, we go, we go We go, we go Oh, das habe ich noch Ähm Ja, das ist ja so Ich war noch nicht einmal, das ist ja schon Okay. Perfekt. Ein Speicher. Geil. Ein Speicher. Ah! Mephisto-san-san! Mephisto-san-san! Wiem. 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 Ja, das ist gut. Was ist das, was kommt von Yamashina-Makoto? Ich bin sicher. Ja, wer ist das? Hallo, hier ist Yamashina-Makoto. Ja, aber was? Ich habe das Fleisch als Manchen gesehen. Ich bin Yamashina-Makoto. Ich bin Yamashina-Makoto, hier ist es liegen. Auf dem Ort. Wie ist das man? Ja, das ist es. Ihre Familie ? Ah, aber es ist nur so, dass meine妻 und meine Frau... Meine Frau ist jetzt wo? Papa? Wie war das? Ah, ich bin wieder zurück. Das war gut. Das ist meine Frau von Chika. Bist du nicht hier aus dem... Café? Hier ist meine Frau von Yamashina. Ja, meine Frau von Chika. ... ... ... Das ist, dass man hierher nicht in der Nähe von diesem Ort gekommen ist. Wie ist das? Das ist das. Entschuldigung, ich habe keine Kraft. Nein, ich danke dir. Ich werde es um die Informationen zu nehmen. Was hat das für die Frage geholfen, Yamashina? Eden? Aber ich habe es mir sicher. Ich habe bereits die Accounts verabschieden. Ich habe es um... Ich bin der Fall. Du bist in der Fall. Du bist ja? Du bist ja nagegen? 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 Du hast du Remembering anzitischen Weg. Das war die Weile der Fall ist der wirkliche Frau von Yamashina-Makoto. Das ist noch ein Freund mit der Frau. Ich sage, ich möchte dir die Kaffee nicht so machen. Ich bin ein Team von Zaxon und der Hacker-Team. Ich bin ein Team von Yamashina und ich bin ein wenig zufrieden. Ich bin ein Team von der Frau. Dann können wir das jetzt noch ein paar Mal beobachten. Ja, es gibt ein Problem. Ich habe keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung. Ich werde wieder kommen. Wenn auch immer. Ich werde jetzt hier sein, Kamishiro Yuko. Ist voll aufgeflogen. Will ich jetzt speichern? Ja, denn die Folge ist eigentlich schon wieder vorbei. Ich bedanke mich hier jedenfalls recht herzlich für das Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, gerne ein Däumchen nach oben da lassen. Auch gerne einen netten Kommentar. Würde mich riesig freuen. Also wenn ihr das noch nicht getan habt und euch die Videos gefallen, gerne auch ein Abo da lassen. Vergesst dabei aber natürlich nicht die Glocke zu aktivieren, damit ihr auch nichts mehr verpasst. Links gibt es noch ein weiteres Video, was YouTube euch vorstellt und rechts gibt es die Playlist zu Digimon. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag bzw. einen wunderschönen Abend und bis zum nächsten Mal. Haut rein. Ciao.